die da haben wir noch gar nichts gemacht das heißt nochmal die große map auf dem wir sind hier und hier das heißt ich kann in diesem bereich hier da oben ruhig die query aufstellen weil in dem haben wir ja nichts gemacht das ist ja nur hier gut rein so neu hier ist der gang wo und der gang so bis zum wasser hier und und eine etage und runter da geht ja auch nur so bisher war jetzt so einer noch eine zum wasser und da gut war es das wirklich da muss ich auch bis unbedingt um kümmern unbedingt die frage was auf kamera mache oder mit euch zusammen macht das so runter wartet und herunter runter runter unter obwohl noch mal gleich stellen wir jetzt mal die intercurry auf so und zwar da hinten irgendwo da halt ich noch was wichtiges vergessen kann aber gar nicht aufstellen mir fehlen ja noch die marke gehen die jetzt eigentlich der marke und der marke ok zwei davon 4 stückte 2 2 3 in 4 so alles klar so ich bin jetzt da ok hier ist noch alles in Ordnung gib mir noch mal hier Redstone her und dann kommst du noch mal hier rein ich will jetzt soviel auf einmal machen hier ist noch Obsidian wofür hab ich Obsidian noch mal gepulvert ich weiß es nicht mehr naja gut für irgendwas wird es gewesen sein so 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 Blaze Powder ok ok wie weit bist du hast es zwei Marker gemacht ok das dauert noch ein Momentchen das heißt ich kann was kann ich jetzt machen äh Ender Query stell mir gleich auf guck mal grad nochmal was wir noch machen könnten erkunden wollten wir noch das stimmt erkunden wir noch aus Ae Lager bauen Eieieiei ich wie mein das muss ich mal gucken äh ich fordere noch einen Tesserock soll ich noch einen Rezept gibt mir gleich mal noch einen so da kommt den Brauchern für das Ae System was erstmal brauche ich auch hier noch ja eigentlich eigentlich brauche ich ja dann das da ab hier lassen wir mal gucken so vier Stück perfekt äh Schläfchen kein Schläfchen gut so ähm die Ender Query sollte sich selber laden was die weshalb sie keinen Junkloader brauchen sollte ähm hau mal die hier hin ja schauen wir mal hier so quer übers Wasser warum nicht ne aber ich hab dann hier keinen Anhaltspunkt an der Stelle nicht da diese Insel benutzen und dann brauche ich hier noch einen Punkt habe ich zufällig nein natürlich nicht ich hab nichts dabei was ich benutzen könnte hm 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 das blöcke okay erst mal gucken auf welche Höhe ähm wie wäre es wenn wir es einfach hier hin stellen ich gehe mir erst mal einfach hier hin so und zwar auf diese Höhe hier sind wir hier auf 67 ja warum nicht ja warum nicht 67 so also da 67 hm hm boah ist doch ein bisschen groß geworden jetzt dann das ist ja das ist natürlich eine Reihe verrutscht verdammt ich hasse es das Ding aufzustellen ähm das ist diese hier ähm also die die 161 161 161 161 161 also hier diese Reihe nein diese Reihe da komm schon wie weit ist das 2 2 3 so die Höhe die Höhe ähm die Höhe Moment so so ähm 65 66 67 so da stimmt schon mal ok jetzt sind wir hier bei 1 4 4 5 1 4 4 5 1 4 4 5 5 perfekt so ähm z hängt es kurz ok äh 2 7 2 2 7 2 2 4 5 6 5 6 8 9 10 10 10 11 11 12 10 10 12 15 12 10 10 15 15 15 15 12 15 20 19 20 20 20 20 20 20 Das ist furchtbar. Das liegt auch gerade. Nächstes. Genau. 272. 272. Ich mache Blöcke. Ich habe keine Blöcke. 272. Gib mir mal mehr Blöcke, bitte. So, wo haben wir das andere Ding? Da. 1539 1539 1539 18. Kacke. 1539 1539 1539 Ah. Schläfchen. Oh. Ich muss es direkt übers Wasser platzieren. Ich muss es übertreiben. 1539. Echt jetzt? 1534 Also hier. noch die richtige höhe so jawohl damit es nicht so hässlich ist kommt mache ich das wieder weg ist mir so ein bisschen so was das ist englisch kein ding das kann so bleiben okay das ist immer ein riesen spaß die ender curry aufzustellen immer so so und jetzt stelle ich die hier in der curry und dann kriegt die hier noch wo ist denn da die tatsache das bieter die in der kiste Und ein Tesserakt für die Energie. Empfangen Energie. So, jetzt noch ganz ignorieren. Demnach müsste sie jetzt eigentlich schon laufen, nachdem ich sie angeklickt habe. Ja, Minenschacht, alter Schriegel, das ging jetzt aber fix. Okay, das wird so schön stehen, okay, sehr schön. Das heißt, ich kann in Ruhe einsortieren, was ich denn wo haben möchte. Weil ich habe den Server noch gar nicht installiert, das heißt, wird nichts aus der Kiste rausgezogen. Das heißt, ich kann in Ruhe einstellen, was ich haben möchte. So. Ach so, da muss ich auch mal einen Blick reinwerfen. Oh Gott, ich weiß nicht, wer mit uns ein Zeug machen soll. Ach so, ich könnte doch mal gerade hier... Ich bin gerade zufällig da. Knochen können wir räumen, Pfeile, das kann man eigentlich alles räumen hier. So. Zack, 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 und zack. So. Knochen, Pfeile, und dabei schaufeln. Knochen, Pfeile, und dabei schaufeln. Du kannst es auch weg. Schaufeln und schaufeln. Neue Schaufeln hier, so. Schön. Ich glaube, ich habe schon ein paar an den Computer gepackt, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Also ist das alles in Ordnung, so. So. Okay. Ich will es mal einsortieren. Ich brauche hier Stein. Stein kommt hier rein, wird dann gewolltet. Das ist ein einziges Gewollt-Upgrade, genau. So. Ähm, was hauen wir denn noch rein? Hier Limestone. Ich weiß nicht, ob es schon viele geben wird. Hm. Was müssen wir mal dann noch hier? Kies. 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 Kies ist das auch so ein Kandidat zum Wollen? Ich glaube schon. Obwohl ich eigentlich auch viele Kies-Wege bauen möchte, aber gut. Kann man auch herstellen, ne? Das ist auch so eine Sache. Ähm. Was noch? Ich frage mich, ob der... Genau. Ich kann ja... Kupfer... Kupfer... Kies. Kies.